Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Montag, 7 Uhr früh und die Woche hat uns wieder. Und ich habe für euch den Montagswitz. Zwei Typen, einer mit dem Dobermann und einer mit dem Chihuahua, treffen sich, spazieren so an der Straße entlang und dann sehen sie ein Restaurant und sagen Hey, hast du Hunger? Ja, eigentlich schon. Passt. Gehen wir ins Restaurant. Und ich habe denen, ah du weißt genau, mit den Hunden kommen wir da nicht rein. Und er, der Dobermannmann, sagt, kein Problem. Ich mache das. Pass auf und lerne. Er greift in die Tasche, holt seine Sonnenbrille raus, nimmt seinen Dobermann ganz stramm an der Leine und sie marschieren los die beiden. Der Dobermann geht vor, ist rein ins Lokal. Der Kellner hält ihn auf und sagt, Bitte entschuldigen Sie, aber in unserem Lokal sind Tiere nicht erlaubt. Sagt der Mann im Dobermann. Bitte entschuldigen Sie mich, aber sehen Sie nicht, das ist mein Blindenhund. Und ohne diesen Hund kann ich nirgends hin. Der Kellner. Sie haben einen Dobermann als Blindenhund? Der Mann. Natürlich ist die neueste Rasse, die dafür gezüchtet wird. Sie sind sehr loyale und gute Tiere. Okay, bitte entschuldigen Sie. Kommen Sie mit, ich bring Sie zu Ihrem Platz. Kellner führt ihn zum Platz. Draußen vor dem Lokal steht immer noch sein Freund mit dem Chihuahua. Der denkt sich, what the fuck? Also, das probiere ich auch. Auch er holt seine Sonnenbrille raus, setzt sie auf, nimmt seinen Chihuahua, strammert alleine und sie marschieren beide los. Rüber zum Restaurant, rein durch die Tür und wieder der Kellner. Bitte entschuldigen Sie, aber in unserem Lokal sind Tiere nicht erlaubt. Der Mann mit dem Chihuahua sagt, bitte, das ist mein Blindenhund. Ohne den kann ich nirgends hin. Der Kellner sagt ihm, bitte, Sie haben einen Chihuahua als Blindenhund? Der Mann mit der Sonnenbrille sagt, was, die haben mir einen Chihuahua gegeben? Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für heute. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like, erzählt ihn weiter euren Freunden, eurer Familie oder teilt ihn auf eurer Facebookseite. Mich würde es freuen. Ihr habt hoffentlich damit eine gute Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt Der Montagswitz. Hier auf MarburgerTV. Danke. Tschau.